Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Seven Days to Three. So, wir gehen weiter suchen. Und zwar Strecken, die wir noch nicht kennen. Hier könnte ich so viel mitnehmen. Das ist übrigens auch schon wieder einer. Machen wir das Auto hier weg. So. Das ist schon wieder einer. So. So. Gut, komm her. Also nachladen müssen wir den noch. Wäre sinnvoll. Aber jetzt lang genug wartet. Wahrscheinlich nicht. Mann. So. Wir können jetzt nicht jedes Auto zerlegen. Und nicht jede Leiche zerlegen. So. Das ist auf jeden Fall eine gute Straße. Das ist besser. Immer noch nicht. Und die Leiche. So. 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 Da hinten kommt, glaube ich, eine Stadt. Was soll man machen? Der Lidia-Camp, okay. Jetzt haben wir es 14 Uhr. Theoretisch fahren kann man in der Nacht auch, das ist ja nicht das Problem. Nur dann kann man dort keine Händler besuchen. Da vorne dürfte es sein, gut. Mal zwischendurch tanzen. So. So. Mach zu. Schaut wieder nach einem Hack aus. Yep. So, was hast denn du Nettes? Hilfsgebautes Maschinengewehr. Mhm, mhm, mhm. Eine Flasche mit Säure. Die nehme ich. Fünf Maschinengewehr, alter. Nehme ich jetzt auch mal. Mhm. Nein, mhm. Mehr Schaden mit der 9 mm schadet auch nicht. Raketenwerfer. Nachts nie überlastet, das ist gut. Okay, und dafür für dich noch das und das. So. Das war's. So. Wegpunkt speichern. Das ist wieder ein Hack. Waffenhändler. So. Das ist was hast du hier. Ja. Einen Felsenzerprümmerer. Schleichsschaden, Schlösserknacken. Mag ich alles nicht. So. Ich will die Munition hier. Ich will die Munitionskiste da drüben. Und ich will die Munitionskiste da vorne. Nein. Sie hat kein Schwein. Hallo. Wo ist denn ein Schwein? Ein Hack ohne Schwein. Äh. Es war zu hoch. Jawohl. Mal her. Danke. So. Gut. Da geht's rein in die Stadt. Schauen wir mal den Weg weiter. Ich bin ja quasi auf der Suche nach neuen Händlern. Vielleicht finden wir ja noch einen. Das wäre ja cool. Ist das ein Kreisverkehr oder was? Hm. So. 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 особ strägein. Sehen wir mal wohin man es der Weg bringt. Ah. Da hinten ist irgendwas. das sind nur ausgelagerte POIs und wenn ich das richtig sehe ist da hinten die Map aus ja sieht so aus da sind wir also mal zum Ende schauen wir nur dass es auf meiner Map auch scheint deswegen fahre ich da jetzt so nah ran jawohl das ist Ende im Geländer so jetzt müsste auch der Karte erkennbar sein gut dann fahren wir mal da zurück und allerdings da bei der Tanke mal eben einkaufen gehen nein kann man nicht doch kann man halula da kommt ein Tiki auch noch aber der soll wegkommen das ist aber keine Tanke ich wollte doch nur die Tanke ausrauben irgendwas hat der da dagegen ich weiß auch nicht warum so mal alles rüber da dann fahren wir mal weiter die wollen keine Gäste nein wird zwar mal nicht weiter erst will ich da hinten rein ich weiß es aber Messing. Das Messing ist mir aber gerade geräuscht. So, da will ich rein. Und... Eins. Da will ich rein. Danke. Okay. Gut. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Lesen, lesen. Ich schau, wenn wir ihn verkaufen können. Gut. Ist okay. Okay, ist okay. So, ich habe mir gedacht, dass wir da kommen, aber wahrscheinlich eh nicht mehr her. Und wahrscheinlich, dass wir genau zu der Tanke nochmal kommen. Aha. Okay. Und? 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 Also wir klären quasi gerade ab, dass hier nichts anderes mehr ist, gut. Passt. Wir könnten allerdings schon ein bisschen nach Iron schauen. Aber nein, weil sonst stecke ich ständig ab. Ich meine, wenn ich so drüber fahre von mir aus. So, genau. Macht hier schon ein Kreis. Aha. Steht das so schön am Rand? Das sind alles nur solche. Da wäre noch ein Weg. Okay. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich bin ziemlich voll. Ich glaube, ich bin sehr gut. Musst du mir jetzt unbedingt auch noch Lot bringen? Echt? So, mal essen. Dann werde ich nicht los. Ja. Gut, ich bin voll. Dann fahren wir mal heim. Und heute haben wir drei Händler gemacht. Der zweite Händler war ein Waffenhändler. Oh. 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 I saw. Hmm. Da sollte noch eine Straße irgendwo sein. Theoretisch. Da hinten, ja. Können Sie noch mal schauen wohin die geht. Ich mach da so einen Knick. Noch hat man Zeit, wenn der Händler bald kommt. Man, das schafft man nicht mehr. Sind da zwei Städte nebeneinander oder was? Oder führt mich denn die gleiche Stadt und sagt der H-Patch, du brauchst keinen neuen Händler? Auch möglich. Und da vorne ist sie auf jeden Fall. Gute Frage. Nächste Frage. Hier ist auf jeden Fall kein Händler. Also wird es zur selben Stadt gehören. Fürchte ich. Moment mal, ich war bei dem Händler ja noch gar nicht. Shit. Gut. Äh, wo ist denn der jetzt? Da, 200 Meter. Das wird aber jetzt schnell einkaufen, ja. Schnell rein. Schnell rein. Schnell hallo sagen. Schnell speichern und schnell wieder raus. Aber auch der Händler ist im Grün an. So. Das ist die Jen. Ah, die ist ja genau, erst die Hilfe an sowas. Schrotflinken Messias. Oh, scheiße. Könnte ich dir irgendwas verkaufen. Das da zum Beispiel. Das da. Nein. Und weg damit. Nimm den Sprutflinken Messias und die Kettensäge. Äh, da hast du jetzt nichts, was ich auf die Schnelle mag. Und da hättest du zwar einiges. Ich habe aber nichts, was ich gehört. Doch, das will ich wegschmeißen. Bergbau. Scheiße. Schrotflinken Messias. Du hast nichts. Gut. Und da haben wir jetzt alles. Maschinengewehr hast du nicht. Map. Mitpunkt speichern. Gen. Medizin. Gut. Aus da. Das zwei Händler hätten wir gefunden. So, nach Hause ist jetzt welche Richtung die her? Okay. Okay. Haben wir doch noch schnell eingeschaut. Weil ich zu wenig. So. Scrap. Äh, ihren Automaten haben wir uns jetzt natürlich nicht angeschaut. Egal. Mal. 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 Maschinengewirrteile, Batterie, ja warte mal, aber schauen kann man trotzdem. Kennen wir den Weg? Ja. Für mehr habe ich nimmer Platz. Das ist gut. Das ist mein Schreckenswölf, ja? Ich würde gerne unbeschadet nach Hause kommen. Aha. So. Äh, das war sinnvoll, ja. So. Sechs, nachladen. Gut, Auto. Versus. Arz. Muni. Okay. Schmelzen. Leitung oder Rüstung. Muni, so. Na, das brauchen wir eigentlich auch nicht, das reicht. Essen. Rein, da, rein, da. Raus. Was geben wir da rein? Okay, der Hammer noch. Sehr gut. Gut. Hier unten da. Wunderbar. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Da kommt da rein. Da kommt auch noch was rein. Dann haben wir noch Arz. Das kommt zum Auto. Das kommt zum Essen. Kuchen. Ja, bitte. Ja, bitte. Da haben wir Blabbekuchen. Steak. Und kochen müssten wir uns eigentlich jetzt auch schon was können. Ähm, Motz. Munition. Okay. So. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss. Ciao. Und papa. So. So.